Sieben Socke für sieben Puppen, aber einige der Puppen fehlen. Ich muss alle Puppen finden. Da ist das Schmetterling. Da kommen wir nicht dran. Da kommen wir auch nicht dran. Eieieiei. Ähm, noch was aus. So, da kommst du drauf. Nächste Puppe. Was haben wir hier? Guck mal da. Oh, wieder elf Pfarre finden. Ach du lieber Scholle. Nein. Ah, doch. Das Pferd. Äh, das Karpchen vielleicht? Nö. Ähm. Und. Apfelbirne? Nö. Nö. Das gehört auch alles. Das gehört damit, denn der Hund. Habe ich ja kein Stöckchen oder so. Ach, da. Na, 25. Ah, okay. Ach da, Hund und Fleisch. Das ist ein Ballon. Passt du oder auch? Was ist das denn da? Ach, Ski. Das sieht aus. Das ist ein Ski. Das ist ein Hut. Äh. Ja. Ach, Trommel und Schlegel. Handschuh und Schirm wäre auch noch eine Idee gewesen, oder? Glaub ich. Irgendwie haben wir hier noch irgendwo was. Ein paar fehlt noch. Mit dem du die Tasche von dem Ast bekommen kannst. Ich würde sagen Schirmständer, oder? Oder was heißt Schirm... Was heißt Schirmständer? Das ist ja ein... Ähm. Ihr wisst schon. So. Komm her. Ich denke mal, das soll die Reihenfolge. Aber da fehlen ja 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Eine Pumpe fehlt noch, glaube ich. Jo. Eine fehlt noch. Guck mal. Ah. Jetzt. Ich wusste doch, für irgendeinem Tier war doch die Fliege. Ah ne, falsch. Und raus. Und raus. Und raus. Ich muss den Brunnen abschalten. Wie kann ich den Brunnen abschalten? Nee. Wie schalte ich den Brunnen ab? Hm. Ne. Okay. Lauf. Lauf. Ach du lieber Gott. Ähm. Achso, ich muss die zeichnen. Lauf. 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 Ich brauche das Zeichen zuerst. Wo ist es denn? dann brauchen wir als nächstes als drittes brauchen wir dieses ja nicht das haben wir überhaupt gerade mal schauen ich glaube dass das wirklich auch es ist nicht wir brauchen zwei striche wir brauchen überhaupt eins mit zwei strichen wir haben nur dass da ist es da 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 so und vorne muss der hin der muss sein aber der hier ist falsch da muss der hin da muss da muss ich zuerst glaube ich machen ich müsste sogar zwei der hier muss dahin da so 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 Wagenweber. Aber ich kann das Motorboot. Alles klar. Ich denke mal, hier können wir im Moment noch nichts machen. Natürlich ist sie leer. Okay, da fehlt uns der Brennstoff. Da muss ich die Ketten befreien. Wie kann ich das Schloss abbekommen? Ja, so glaube ich erst mal nicht. Ich denke, wir können hier gerade erst mal nichts machen, oder? Genau. Ah, guck mal. Lass mich raten. Das nächste Hügelbild. Jawohl. So, eine Fliege. Die Münze. Die Eichel brauchen wir wahrscheinlich auch. So, das Raupe. Da ist das Kreuz. Staubwittel. Was brauchen wir jetzt? Zehn Fahrenheit. Wahrscheinlich brauchen wir dafür... Wie kann ich das abkühlen? Feldflasche, 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 Feldflasche. Richtig gerade nicht aus. Da. So. Juhu. Super. Mit dem du die Strickleiter sicher am Balkon befestigen kannst. Ich würde sagen, der Hake. Bäm. Die Strickleiter. Mein Gott, was sie hier machen muss. Klettern, etc. Okay. Gucken wir mal kurz. Ich glaube, da ist ein Musikzimmer auf der anderen Seite der Tür. Warum sollte jemand so ein Zimmer verriegeln? Kann ich dir nicht sagen. Zimmer der Dame? Wie komm ich? Er steckt im Schlüsseltoch auf der anderen Seite. Vielleicht damit? Oh, komm. Na gut. Da kommen wir nicht ran. Ach so, da waren wir auch schon. Zimmer der Dame des Hauses. Dann schauen wir mal. Nächste Nadel. Ich habe den Kristall untersucht, wie sie sie verlangt haben. Ich kann bestätigen, dass dieser Kristall in der Tat der erste Wasserdiamant ist. Ich hoffe, ihnen gefällt das Armband, das wir für sie gemacht haben. So, ich denke. Ja, die hat hier oben eine Öffnung. Da muss ich was reinmachen. Ach, guck mal. Hier fehlen. Versuch, etwas zu verbergen. Aber man weiß es nicht. Ich kann sehen, dass sich der Riegel bewegt. Was bedeutet, dass das Schloss nicht abgeschlossen ist? Wo liegt das Problem? Gehen wir doch einfach mal den Brief öffnen. Ach Gott, die Dame des Hauses liegt drin. Wer liegt denn da? Oh, arme Louise. Bitte halte noch eine Weile durch. Okay, Louise liegt hier. Brosche. Ich vermute ganz stark. Oh, im Spiegel sehe ich handeln. Gartenbewässerungssystem. Und noch ein bisschen. Na gut. Jemandes Geist spuckt im Haus ruf. Okay. So, Fotos haben wir ja. Ich glaube, im Moment kann ich hier nicht weitermachen. Das ist ein Schlüssel auf dem Boden gefallen, aber wie kann ich ihn bekommen? Meine Hand wird nicht in den schmalen Spalt unter die Tür passen. Wir haben kein Papier. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Okay. Was gegen das Blut ausrichten. Alles klar. Alles klar. So scheint das noch nicht zu funktionieren. Der rechten Seite des Garten ist im Vogel. Setze den fehlenden Griff wieder zurück auf die Schubladen. Ah, okay. Okay, 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 okay. Der fehlende Griff war hier. Ach, guck mal, das letzte Püppchen. Das letzte Püppchen. Den haben wir so alle. Achso, jetzt muss ich wieder... So, eins, zwei, eins, zwei, das ist die sechs, und das ist die fünf. So. Eins, zwei, und ich glaub das war sechs, fünf, oder? Mietekatze heißt fünf. Hatten wir nicht so eine Story oben im Zimmer gelesen? Nee? Dachte ich auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, da kommt die Frau. Da kommt die Kuh. Hm. Hm. Naja, eigentlich... Dann die Maus mit der Katze. Achte auf den Hinweis im Journal. Zieh an der Schnur, um die Vorstellung anzusehen. Welcher Schnur? Ach, da. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Reihenfolge. Gut, dann vermute ich ganz stark. Da, da, so. Hm. Vielleicht ist das hier auch die Eins. Ach, der Reihenfolge nach. Alles klar. Ja. 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 Ja.